Petro Lombardi, 30, und Laura Maria Rüper, 26, sind im absoluten BB-Fieber. Am Samstag teilten der einstige DSDS-Gewinner und seine Partnerin überraschende Neuigkeiten mit ihren Fans. Die beiden Turtel-Tauben erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Für den Sänger ist es Nestekchen Nummer 2. Auch wenn es noch eine Weile dauert, bis ihr kleine Wornipuppen das Licht der Welt erblicken wird, steht bis zur Geburt noch eine Menge an. Schon jetzt machen sich Petro und Laura deshalb auf den Weg, erste Babysachen zu shoppen. Wer Instagram erklärte Petro am Montag, dass sich die zwei total auf ihr gemeinsames Baby freuen, weil sie es offenbar kaum erwarten können, alles für die Kleine oder den Kleinen vorzubereiten, hat sich das Paar eine ganz besondere Aufgabe für ihren Tag vorgenommen. Den ersten offiziellen Babybummel. Nachdem das niedliche Geheimnis der beiden raus war, genossen es Petro und Laura Total, sich öffentlich bei einer ersten Kinderwagenprobefahrt zu zeigen. Neben all der Vorfreude hat Laura während ihrer Schwangerschaft jedoch auch mit einer fiesen Nebenwirkung zu kämpfen. Der 26-Jährigen ist ständig übel, und sie muss sich deshalb immer wieder übergeben. Das bestätigte der werdende Zweifach-Papa via Instagram, seit über drei Monaten, jeden Tag fünfmal.